Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft Hydro Und ja, ich gehe gleich mal auf den Server Oh mein Gott, ich habe die Server IP gezeigt, das kann jeder auf den Server natürlich nicht Ja Also jeder der, wo jetzt wirklich das Video sich dann genau ansieht, sieht, dass ich die ID nicht gezeigt habe So, jetzt hängt es kurz Ah, der grüne Baum ist gewachsen, den ich wieder gepflanzt habe Und Skelett Den Nachrichten WhatsApp, ich habe ja mein Handy auf stumm gestellt Und, ah, Gaylord Unser schönes Haustier Naja, der Folge habe ich eigentlich ja jetzt nicht mal so viel vor Außer mir hier zwei Sticks zu nehmen Die drei Dias, was ich letzte Folge gefunden habe Ne, ist jetzt keiner auf den Server gekommen Okay Dann daraus eine Diaspitzhacke zu machen Die hier wegzugeben Und jetzt einfach mal in irgendeine Richtung laufen Yeah Als ob ja so ein Zombie mir etwas ausmachen würde Natürlich laufen wir hier so entlang Ja, gab in der Festung war Eddie schon Glaube ich jetzt mal Essen darf mir auch nicht ausgehen Komm ja, essen, essen, essen Ja, so neun Bären würden reichen Ist das gelootet, das Ding da Die waren da schon, da waren sie bestimmt, glaube ich ja auch Ich gehe mal Geh mal hoch Immer Spitzhacken die Hand nehmen Ohne Kiste Dia, Stiefel, Eisen Oh, und ein Schwert ein besseres Okay Okay, das ist bisher also Das ist nicht gelootet Ich will mich jetzt nicht zu tief fallen lassen Denn wenn ich mich zu tief fallen lasse Werde ich denke ich sicherlich verrecken Ich hasse irgendwie immer dieses in Kreis gehen Ich hoffe es leckt nicht, weil ich habe nebenbei Skype Dann noch Internet Explorer, also Opera noch offen Ich werde noch fünf Schaden Bitte nicht bei der Kiste, ich will in die Kiste noch gucken Okay Ende, what Nice Oh, komm, ich will dann Ich nehme mal alles raus Komm, raus Dieser Gang hier Okay Oh, ich habe aus der Szene vergessen Skype auszumachen Naja, wo habe ich hier die Scroll, da 6 Dia, ein paar Essenzen, Rüstung, Tür, Enderpehlen Ich gehe mal nach Hause You User left your channel Disconnected Ja, das war jetzt leider ein technisches Problem Auf dem TeamSpeak-Server, wo ich war Das war von den Kollegen Vom Andi war ich da oben Da bin ich dabei in den Let's Play-Raum gegangen Und ich hab gesagt, dass ich aufnehme Und da sind jetzt einfach Leute reingeplatzt Und ja, da werde ich einfach den Ton Rausschneiden, also nichts Nicht wundern, bitte Ja, jetzt bin ich zu Hause wieder Und ja Ich hab ein Schwert Sieht relativ nice aus Hexika, oh, ich hab Eisenschwert, okay, erstmal alles da rein Was ich jetzt gefarmt hab Auch das Buch Oh, ich hab mal keine Kisten mehr Naja, was wollte ich noch in dieser Folge machen Obsidian könnte ich gebrauchen Also nehme ich das mal mit Und Diamanten Habe ich nur einen Bogen Ja, ich hab nur einen Bogen Hier die Diaz Was wollte ich Irgendwas brauche ich jetzt mal langsam von den Waffen Ja, auf jeden Fall die Pfeile kann ich zusammentun Wolle Wolle 17 Hexen Ich brauch 16 Ich brauch 16 Ich kann mir die Rüstung bauen Und ich bin wirklich zu blöd, um es hinzulegen Eins Vier Hexikal Diamanten Jetzt brauch ich Was brauch ich für die Rüstung Hier, die hier möchte ich mir ja machen Dafür brauch ich Ah, Leder Brauch ich 5 Oh, hab 6 Leder, nice 5 Brauch ich Ja, Gaylord schreit Ich gehe jetzt nämlich noch schlafen Komm Leg dich hin Ja Ich hab Ich hab mir gedacht, dass da keiner reinkommt Und mich stört bei der Aufnahme Mir eigentlich relativ scheißegal jetzt gewesen Der Andi wird es morgen in der Schule zu spüren bekommen Und seine Kollegen auch, denn Die werden natürlich auch irgendwann mal aufnehmen Komm, schieß Immer so machen mit diesen Giant Swords Immer Wenn die Gegner schießen Ich glaube, ich brauche nur einmal rote Rosen Ja Rote Wolle Ja Ich glaube, das reicht jetzt dann vom roten Farbstoff Ich gucke mal, ob die anderen Wolle haben Nee Keiner von unseren Leuten im Projekt hat bisher Wolle, außer ich Echt toll Und ich brauche für die Rüstung Wolle Naja Das heißt Ein Teil habe ich schon Aha, schöner Witz von Von Marcel Wirklich schön Auf jeden Fall irgendwo da hinten Habe ich ja die Schafe gehabt Enderman Und ich brauche jetzt nur Ich brauche jetzt nur Ich brauche jetzt nur Strings Mal schauen, wie viele Strings habe ich Aus Strings kann man ja auch Wolle craften Das heißt, ich muss gar nicht auf Schafejagd gehen unbedingt Für Strings Strings bekomme ich eigentlich relativ viel sogar von den Spinnen Und ich glaube, Eddie oder Marcel, wir haben ja schon ein paar Stringslein Wenn nicht, die gebe ich Ihnen ja auch wieder zurück Also rein in mein pinkes Häuschen Mann, echt ganz schön viele Strings hier Einmal Wolle kriege ich raus Wie viel haben die? Ab jeden Fall bekommen die ihre Strings zurück Wenn die welche haben Die lai ich mir jetzt mal schnell Oder dafür Ja, für die Strings bekommen wir den Zombie-Kopf Den Smaragd Den Samen Und Ne, die Fehler, die brauche ich selbst noch Ja, die Pfeile bekommen Hat er wenigstens auch was Okay, mal schauen, ob Eddie Strings hat Wenn nicht, ich lege den Andern gerne in dir rein oder so Hauptsache, ich habe Die Strings Ne, da hat keiner mehr Strings Natürlich werde ich jetzt auch Ihnen sagen Dass ich von Ihnen Strings mir geboren habe Strings Nur noch sieben Strings Menno Das ist zwei Wolle Was kann ich mir denn noch machen? Die Schuhe Graue Wolle Okay, die Schuhe können Sie mir jetzt noch machen Aber ich brauche dringend Wolle Oh Gott, ich muss wirklich noch Schafe killen gehen Graue Wolle Falsches Schwarz Komm Ich renne jetzt einfach hier in die Wüste entlang Ich brauche graue Wolle Und vielleicht habe ich noch Glück und ich finde Zuckerrohr Dann kann ich ja wieder nach Hause kehren Und diese Scroll of Escape, die ich ja auch gefunden habe Also ich habe ja jetzt gar kein Equipment dabei Wenn jetzt wie auf dem Server kommen würde mich umringen würde Ich würde Oh, ich würde ausrasten Ey Nur Vögel, ich brauche Strings Lapis Nee Geht Ich muss an den Oh, nice Komm Ein Okay, ein Knochen Knochen habe ich jetzt auch kein dabei Schade Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise Auf jeden Fall Ohr noch einer Nice Und auch Zuckerrohr Das heißt, ich kann mir die Scroll of Escape bauen Zweimal Inksex Das heißt, ich bekomme auch die Graue Wolle zusammen Denn die geht ja relativ leicht Ach ja, man braucht drei Ach ja, ich renne jetzt einfach mal da so In die Richtung einfach Bis ich da hinten in dem Waldgebiet oder was Schafe finden Schöne Tiere, diese Vögel Ach ja, wirklich toll Immer die Sache mit der Wolle Anfangs hatte ich recht Glück Wegen meinem Bett Da hatte ich die Wolle relativ schnell Aber ich brauche fünf Wolle für den Kopf Für die Hose brauche ich Ah, nur Leder und einen String Eigentlich geben wir jetzt nur noch Fünf Wolle Ja Fünf Schafe töten Oder genügend Spinnen Wie es mir eigentlich jetzt lieber ist Entscheid ich Ah, Wölfe Jetzt lecks Jetzt lecks Lol Okay Jetzt geht's wieder einigermaßen Es ist immer das Dumme An den neuen Gebieten Wenn man an einem gewissen Gebiet noch nicht war Dann muss es ja erst einmal gerendert werden Und hier hat man es ja jetzt gesehen Ich brauche noch nur fünf Schafe Hört sich jetzt bisschen viel an, aber Ja Ich laufe jetzt einfach hier in die Richtung und such mal was In Schneebiom gibt es ja eigentlich relativ oft immer Schafe Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Oh, diesen Fels will ich nicht Ich mag keine Pferde Pferde sind nicht toll Ich kann dich töten Jetzt ernst Die können einen töten Ich muss wirklich Oh, das sind ja Bäume Das heißt Ich hab mal Glück Dass ich mir Gleich mal eine Werkbank machen kann Dass ich dann zurückkommen kann Hallo Holz Komm Werkbank Ja So Alter kann der nicht mal sein Maul halten Nein Ich hab die Enderperlen in die Küste gelegt Nein Ich hab die Enderperlen in die Küste gelegt Echt toll Oh Das ist auch nicht schlecht Wenigstens habe ich das dann Weil ich brauche jetzt wirklich Essen Und aus diesem Barley Das ist ja das gleiche wie Weizen Kann ich mir dann Brote basteln Später werde ich auch Denken die Felder anbauen 14 Man muss jetzt rechnen Ja, 15 reichen mir eigentlich Da mache ich mir jetzt noch mal so eine Werkbank to go 5 Brote Auf der Suche der 1000 Schafe Teil 1 Echt super Das muss ich schon mal gesagt haben Vielleicht bekomme ich da Vielleicht bekomme ich einen Knochen raus Das heißt, ich kann mir gleich schon mal Knochen Ja, einen habe ich rausbekommen Dreimal Knochenmehl Grauer Farbstoff Auf jeden Fall kann ich jetzt schon die Hose bauen Jetzt fehlen mir nur noch wirklich Die blöden Strings Oder Wolle Oder Schafe Eins von allen Ich gehe jetzt einfach so lang In diese Richtung Bis mir so ein Schaf über den Weg läuft Auf jeden Fall Auf jeden Fall laufen wir Diamanten in den Weg Kann ich auch noch gebrauchen Das heißt, ich habe die meisten Diamanten Hoch, 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 hoch Immer diese Geräusche in Minecraft Immer die scheiß Pferde Ich hoffe, das ist jetzt nicht so laut Weil die können mich ja auch töten Ich mag Pferde nicht Also in echten dem finde ich sind Pferde schön Aber in Minecraft Na ja, Minecraft Da mag ich sie in der 1.7 Da sind sie schon sehr nützlich Aber Oh, Hexical, Blumen Nein, sie hätte ich jetzt beinahe übersehen Vielleicht schenke ich die ja dann mal Eddie oder so Ach ja, ich habe ja Ding Ich habe ja Marcel Ich habe für ihn die Strings genommen Ich habe ihn ja auch Sachen dafür gegeben Also braucht jetzt keiner so sagen Ja, du nimmst dir da einfach von ihm Strings und so Ist gar nicht nett von dir Da braucht jetzt keiner kommen Oh, ich muss essen Ich muss essen Ich verreckt sonst Es ist Nacht Ich kann es spinnen töten Ich renne wieder zurück Zu meinem Ort Der war in diese Richtung Jede Spinne, die mir über den Weg kommt Wird sofort gekillt Und dann habe ich Strings Daraus mache ich mir dann Wolle Und ich bin der Einzige, der eine Beste, eine gute Rüstung hat Und ja Tralalala Skelette mag ich jetzt nicht so Ich brauche einfach nur Schafe Oder Spinnen Ich dachte von dem Pferd wäre jetzt der Kopf weg Schafe oder Spinnen Und keine Nashörner Hallo, Mops Wo seid ihr? Zombie? Nee Ich bin ja schon recht Recht viel Blöcke Jetzt vorhin gelaufen Bin ja relativ weit weg gewesen Vier Strings Ach Ne Mumie Droppt ihr auch Strings? Komm her Nee Ach ja, in die Richtung Oh, Spinnen Hallo Oh, nicht dieser Lizard Ich hasse die Teile auch mit Dieser Scheiß Lizard Ey, der vergiftet sich für einen kurzen Moment Er ist auch richtig blöd Wie viele Strings habe ich? Ich drue ich mir mal runden Runden in die Leiste mit rein Sechs Strings Also eine Wolle Also ein Rüstungsteil Mach ich mir auf jeden Fall jetzt Also zwei Teile kann ich noch machen Dann fehlt mir nur noch der Helm Dann muss ich dann mit Eddie und so reden Wegen Strings und so Vielleicht hat ja noch jemand was im Inventar Weil ich denke Der wird mir schon Strings geben können Oh, die Spinne darf nicht so verrecken So, der wird mir schon Der wird mir schon Weg, Trieber Also erfahrungstechnisch geht es auch sehr gut Hallo, danke Den lasst ich gehen Da haben wir einen Dungeon und ich habe meine strings gefunden das sind küssen die lebendig werden die sind auch recht vor Ort an mir Taurus Gott 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 Nee 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 Echt tolle Tiere Meter Quatsch wert ich habe meine Rissi ich will das Schwert nicht verlieren das sieht richtig nice aus ich habe die wolle ich habe die wolle naja ich könnte jetzt hier noch durch raschen aber das tue ich jetzt noch nicht denn das tue ich in der anderen folge in dieser folge war ich mir noch meine scheiß löse hat meine op rissi ich kam von da irgendwo her es tut mir echt leid wenn ich überziehe denn ich bin jetzt schon bei 22 minuten aber in der folge möchte ich schon noch nach hause kommen ich hatte auch gedacht ich hatte die enderperlen dabei bin ja gleich zu hause und ich habe eine rissi ja auf jeden fall versuche ich schneller um besser voranzukommen in der nächsten folge werde ich dann im verzauberungstisch holen dann wird auch dieses schwert was ich da habe verzaubert und gleich da mal repariert denn ich will dieses schwert behalten ich habe gesehen dass mit dem komme ich richtig gut klar killt richtig schön die spinnen und ich bin zu hause ach ja ich brauche noch leder vier stück als 33 stück weil ich habe noch selbst was das ist so was echt knapp jetzt und zwar immer es wäre dann kurz am haus gewesen wir müssen da draußen auch mal ausleuchten erstmals sicher zu hause das rheinrhein was ich noch zu essen habe das kann ich jetzt essen hier gleich mal das rohe rindfleisch so wolle kann ich erst werden mit farbstoff ein halbes herz noch ja da könnte mir jetzt den helm machen hat natürlich ja das rheinrhein feld für die schule brauche ich brauche auf jeden fall noch leder selbst habe nur eins naja und den wir jetzt jeder borg der bekommt die erst mal guckt vom mars hier rein ob er leder hat der hatte wieder naja der bekommt jetzt drei tier damit kann er sich was bauen wenn es jeder nicht reicht gehe ich noch schnell zu eddie und er denkt jetzt mir auch schon geben weil die helfen ja mir in diesem fall gleich mal eine richtig starke rüssi zu bekommen wie gehen jetzt die schuhe schuhe und jetzt nur noch dieses teil orts leder hat genau gereicht was fehlt jetzt noch hier zwei leder fehlen mir noch ja da habe ich ja noch das gold heils vom fleisch irgendwo so wie fleisch da zwei stück noch schnell rein in den ofen ja was kann ich jetzt noch machen der folge eigentlich gar nicht kann die sachen mal so ein bisschen einsortieren was ich da gefunden habe gold auch hexikal dessen zeige die jahr ab 2 zweimal den bogen wird sitzen ganze dann kommt die folge noch ein ich habe auch kein eisen mehr hat die eisen also ein eisen jetzt nehme ich mir noch mal bekommen wir noch ein tier ich glaube ich glaube das macht ihn denke ich nichts wenn ich mir schon jetzt ein bisschen was bohrt wir sind ja zusammen wirklich auch eine stadt das muss man muss man ja auch jetzt berechnen und auf jeden fall halten wir alle zusammen und da wird jetzt wirklich nichts macht nichts ausmachen ich persönlich habe jetzt selbst die beste rüstung kommt von allen ich habe eine man sieht die gibt der stärke und nacht und speed speed plus hier ja also noch schnell machen wir in dieser folge noch gehen einen bogen sagt bloß mir fehlt jetzt noch ein string so noch dass da den kristal bogen dass ich auch im bogen mal habe den muss ich jetzt noch verzaubern mit dem schwert auch noch ein bisschen klar kommen das war's dann also bis zum nächsten mal und der part dauert leider jetzt 28 minuten dafür macht die nächsten part bisschen kürzer als dann bis zum nächsten mal und tschüss 我跟你 kürzer kürzer